Ich glaube an die Kraft von Geschirrspieler-Taps. So ist das hier. Ohne Scheiß. Bin ich das oder du? Keine Angst, ich kann Deutsch. Ich hab Gefühle. Habt ihr nicht? So ist das hier. Hamlet ist nämlich auch oft von Frauen interpretiert worden. Mutti, kannst du bitte aufwärts ständig an mich zu denken, es nervt. Ich bin Pädagogen. Du bist nicht alles, aber ohne alles bist du nichts. Ich kann nämlich als Kanake Dinge sagen, die sich ein Deutscher nicht erlauben darf. So ist das hier. Mein Gesicht ist eine Vereinbarung von Atomen, das biegt einfach euch Champions. Wir Russen sind aber nicht so. Wir gehen nach Hause und malen wieder. Aber diesmal richtig, schwarz-weiß. Tief einatmen und beim Ausatmen schreit ihr so laut, ihr könnt... Kanake! Ich hab jetzt Bock auf eine Emo-Schlampe. Erst ficken und dann weinen. Ja, die Ausländer sind schuld. Schrien plötzlich zwei Nazis. Was machen die denn hier? Fragte die Frage. Es ist ja nur Dresden. Es ist ja nur der Satirepreis. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Abonniert. Vielen Dank.